Ja, hier geht's mal wieder flott weiter mit Anfirmario. Mal gucken, ob ich heute wieder genauso abfade wie letztes Mal. Drücken wir einfach mal hier Space, ne? Bang. Boah, ich kenn die Map gar nicht mehr. Ist ja nicht so, als hätt ich jeden Part nach dem anderen gemacht. Uh! Uh, Toad, 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 Toad. Der Boden, der Boden. Nein! Das macht mich langsam wahnsinnig. Das macht, das macht mich wahnsinnig. Schau es dir an, schau es dir an, Junge. Ich stand daneben, ich stand daneben und die kommen aus dem Boden und die killten mich. Die haben hundertprozentig Kill-Skill. Kill-Bill-Skill haben die. Ich bin der, ich bin der beste Italiener, hallo? Ich rette tagtäglich junge Frauen vor Mutantenschildkröten, die Feuer spucken. Aber dieses Leben, oh, scheiße, scheiße, scheiße. An diese Stelle komme ich nie wieder hin. Wenn ich jetzt absterbe, bin ich tot. Das ist das dritte. Wetten? Oh, es war wahrscheinlich das erste. Na toll. Jetzt bin ich wieder hier. So, jetzt aber Arschlecken für Arme. Da ist er tot. Da ist er tot. Da ist er tot. Na klar. Ich bin Mario und ich bin tot. Ja klar. Wo ist er Luigi? Mein bester Bruder. Er ist grün, weil er seine Poppel immer in seinem Anzug abschmiert. Lecker, lecker. Und jetzt bin ich tot. Ja, Mario ist tot. Au Backe. Schade, schade Schokolade. Ach, du Kacke. Manchmal träume ich von Monstern. Von richtig fiesen Monstern. Von so schwarzen Monstern. Von bunten Monstern. Von Mario-Monstern, die absterben. Ich träume sogar so oft von Monstern. Ich habe schon mal von Monsterbacke geträumt. All die Wortvorbereitung für so einen Lame-Witz. Dafür kriege ich das Lame-Witz-Abzeichen. Nein. Aber jetzt. Ah, nee. Nee. Ich springe über alle Blöcke, weil ich bin Blockmaster3000. Hallo, ich bin Blockmaster3000. Tauschen wir unsere Nummern und ich gebe dir den Block, den du verdienst. Oh, das war wirklich der hier. Yeah. It's a B. Huah. Ach, leck mich. Das ist bestimmt... Nein, es war doch der... Ich kann nicht hüpfen, wenn ich direkt an der Wand stehe. Der ist mir gerade aufgefallen. Na, egal. Bugs haben viele Spiele. Auch gute Spiele. Da kannst du nichts sagen. Also, wie war das? Der hier? Der dritte? Letztes Mal sind wir auf den anderen gesprungen, ne? Nein. 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 Du, 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 du. Lala, backen Gulasch. Ich back, ich back Gulasch. Gulasch kann man backen. Pack es in den Ofen. Ich pack viel in den Ofen, außer Gulasch, weil, äh, schmeckt nicht. Ach, was soll ich jetzt machen? Okay. Ich kann dir genau sagen, was jetzt abgeht. Entweder ich springe über dieses kleine Ding da vorne und das bricht weg. Oder ich springe da hinten auf dieses große Ding und der vordere Teil bricht weg. Also, wir haben zwei Möglichkeiten. Dieses Spiel, ne? Das macht mich psychisch fertig. Also, was soll ich jetzt machen? Ach, scheiße, scheiße. Ich stehe voll im Züchspalt. Da, äh, zähle ich lieber ab, ne? Ene, mene, dicke Kuh, gib mir nen Schuh und Ketchup dazu. Gut, ich springe auf das erste Teil. Ja! 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 Drei Stunden nicht Arbeit. Ja! Ich bin der Beste. Das Space for the Next Level, das gucken wir uns mal übermorgen an. Bis später.